willkommen und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal leute tschuldigung die begrüßung war etwas naja würde ich sagen schlecht oder so aber ich begrüße trotzdem zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar gibt es heute um etwas ernsteres und zwar mein internet ist tot also ganz einfach mein internet ist im moment so scheiße hier oben ich kann gerade zu meinem laptop auf youtube gehen und ja im prinzip ich kann so gerade also noch auf komme und so und das ist relativ scheiße für mich im moment weil ich kann halt auch relativ schwer hochladen und ich habe manchmal gute zeiten also zum beispiel gestern ging es und heute vormittag ging es wieder gar nicht und ich weiß nicht woran das liegt oder wieso keine ahnung auf jeden fall bin ich dran das zu fixen das wird aber denke ich ein bis zwei wochen dauern und das problem wird dann ich kann halt weder spielen noch sonstiges und das problem ist halt dann ich bin auf urlaub zwei wochen das heißt ich kann dann im urlaub nicht aufnehmen auch wenn das wlan schon gefixt ist bei uns wir sind das internet weil ich hänge mit dem lan kabel und das ist ein kleines problem mit dem also über das ich mit euch reden wollte das wird relativ schwierig dass ich jetzt die nächsten zwei wochen videos bringe ich versuch zwar offline games zu finden und so weiter könnt ihr mir gerne auch in die kommentare schreiben ob ich nicht mal was offline microsoft michael gewackelt so ob ich nicht mal was minecraft offline mäßiges machen soll oder keine ahnung was der geier was ihr sehen wollte auf jeden fall schreibt sie bitte in die kommentare oder kommt ihr klar damit dass gar keine videos kommen ich komme damit auf jeden fall nicht klar zumindest glaube ich dass ich nicht klar dann bekomme ich hoffe halt irgendwie dass wir das zu gehen bekommen irgendwie wenn nicht wäre es natürlich extrem scheiße und so ja schauen wir mal hoffen wir das beste dass es wieder funktioniert und ich hoffe natürlich dass ich videos bringen kann und sonst wie gesagt bitte schreibt mir ein paar offline vorschläge rein was ich denn so soll irgendwie kann ich mich schon runterladen ich hoffe ich zumindest und ich würde sagen bis dahin haben wir noch eine endcard denke ich und zwar hier oben irgendwo letzt da oben glaube ich da ja letztes video so ein random video und wenn ihr hier auf meine fresse klickt also genau hier so hier dann kommt ihr auf meinen kanal trauer ich bin richtig traurig dass mein internet nicht funktioniert und dass ich eben kein bisschen bringen kann was ich ja nicht wollte denn ich habe zwei videos vor produziert gehabt eigentlich für die woche die sind aber viel zu lang zum hochladen und da ist eben das problem schon ja wie gesagt leute lasst einen daumen nach oben da für mitleid und so also so ein daumen für mitleid dass mein internet trip ist und so und ein kommentar mit rip oder so und wenn es euch gefallen hat ja abonniert mich doch ciao leute ich habe noch immer keine richtige abmoderation